Hallo und herzlich willkommen bei SUCCESS in Berlin, dem Magazin der Bürgschaftsbank, in dem wir tolle Unternehmensgründungen in Berlin vorstellen. Berlin galt immer schon als typische Frühstücksstadt, aber Frühstück 3000 hat bis jetzt noch gefehlt. Es handelt sich nicht um ein Lokal für billige Brunches, sondern ein richtiges Frühstücksrestaurant mit hoher Qualität und natürlich auch entsprechenden Preisen. Wir sind hier in Berlin-Kreuzberg gegenüber dem Jüdischen Museum und ich lade Sie herzlich ein, sich die Gründung anzusehen. Mein Name ist Martin Pöller und zusammen mit meinem Mitgründer Lukas Mann haben wir das Restaurant Frühstück 3000 gegründet. Die erste Location haben wir in Berlin-Schöneberg aufgemacht. Das war 2020 im Oktober für drei Wochen. Dann kam die Pandemie. Für sieben Monate haben wir dann eine Zwangspause eingelegt und danach im Juli 21 haben wir dann die Filiale in Schöneberg wieder eröffnet und haben dann gesagt, für das Ostpublikum in Berlin wollen wir auch gerne noch ein Frühstücksangebot schaffen und deswegen haben wir auch noch eine Location in Kreuzberg eröffnet, in der wir uns jetzt gerade befinden. Also sehr inspiriert wurden wir auf Bali. Ich habe, als ich mein Masterstudium gemacht habe, mein drittes Semester auf Bali gemacht und Bali ist ja stark beeinflusst natürlich auch durch den asiatischen Raum logischerweise in Indonesien, aber auch ganz stark durch Australien und diese Kombination hat so eine unglaublich interessante Frühstückskultur dort geschaffen. Und wenn man sich mit Australien unterhält, beziehungsweise auch mit meinen Kommilitonen damals, die nach Australien gegangen sind, da ausgewandert sind, die haben auch gesagt, dass es in Australien gibt oder dass es auf Bali gibt. Sowas gibt es hier einfach noch nicht, also zum damaligen Zeitpunkt. Und das fand ich ehrlich gesagt auch, dass Berlin immer so ein bisschen frühstückstechnisch, aber auch generell kulinarisch immer so ein bisschen hinterhergehangen hat und immer so ein bisschen später aufgeholt hat als andere europäische Städte wie Paris oder London beispielsweise. Ich bin Steffen Hartung, ich bin Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Berlin und auch Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Berlin Brandenburg. Und als Bürgschaftsbank sind wir Finanzierer des Mittelstandes für kleine und mittlere Unternehmen und unterstützen damit Bürgschaften und Beteiligungen. Bei uns in der Bürgschaftsbank sind wir ohnehin im Gastronomiebereich relativ breit unterwegs und wir haben viele erfolgreiche Beispiele, unter anderem eben auch das Unternehmen Frühstück 3000. Denkbar schlechter Start in der Corona-Pandemie 2019. Insofern unternehmerisch finde ich super gemeistert. Guido Wegener ist mein Name, bin 57 Jahre alt und arbeite seit 38 Jahren bei der Berliner Volksbank und in den letzten 17 Jahren beschäftige ich mich dort mit Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen. Wir sind ja da als Volksbank schon seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs in der Finanzierung von Systemgastronomien oder auch der gehobenen Gastronomie. Wir haben sieben Sterne Restaurants mittlerweile in Berlin finanziert und von daher kennt man da sehr viele in der Szene und auf Empfehlungen kam dann der Kontakt auch zu Martin Pöller zustande. Stefanie Tonnen ist mein Name. Ich bin bei der Wirtschaftsbank Berlin als Firmenkundenbetreuerin beschäftigt. Die ersten 20 Jahre waren es im Neugeschäft gewesen, jetzt in der Marktfolge und da resultiert auch der Kontakt her. Neugeschäft den ersten Standort, den Herrn Pöller und seine Kompagnons mit kennengelernt und jetzt auch hier für den zweiten Standort, wo wir heute sind, durfte ich wieder mit begleiten in der Marktfolge. Marktfolge sind diejenigen, die Voten abgeben für Vorhaben und insofern als Fährung-Prinzip, das dann da gewahrt wird. Also es ist das zweite Augenpaar, das dann auch sein Segen dazu gibt und das habe ich hier in diesem Fall natürlich sehr gerne gemacht, weil ich einfach beim ersten Mal auch schon dabei war und sehr überzeugt war von den Kunden. Das Besondere an Frühstück 3000 ist die Produktqualität, was wir immer oft zurückgespielt bekommen von den Gästen, ist tatsächlich einfach auch, selbst wenn man sich nicht in der Küche auskennt, dass das, was auf dem Teller ist, einfach besonders gut schmeckt. Viele Gäste können sich gar nicht so richtig vorstellen, warum das so ist, aber wenn wir ihnen dann mal erklären, warum das Ex-Benedict beispielsweise mit Lachs so gut schmeckt, dann sagen wir, das ist keine Sauce aus der Packung, wie es ganz viele Restaurants machen. Der Lachs ist in der ganzen Seite, kommt in der ganzen Seite, wird handgebeizt hier im Restaurant und es ist frischer Lachs und es ist kein Lachs aus der Packung beispielsweise und das unterscheidet uns zum einen, also wirklich im Produkt, aber auch ganz besonders im Personal. Also das wird uns ganz, ganz oft zurückgespielt, dass wir besonders freundlich zu sein scheinen. Das wundert mich auch, denn wir kommen alle aus der Fünf-Sterne-Motellerie und Sterne-Gastronomie, also sowohl unser Restaurantleiter, Lukas, unser Mitgründer und Küchenchef. Ich habe auch im Hotel Arbon gelernt und gearbeitet und für uns ist das eigentlich normal, freundlich und höflich zu sein. Wir haben als Bürgschaftsbank ein relativ geringes Produktumfang. Wir haben unsere klassischen Bürgschaften und Beteiligungen, hier sind wir mit unserer klassischen Bürgschaft unterwegs gewesen. Wir haben daneben auch zu diesem Bürgschaftsprogramm auch noch die Möglichkeit, Beteiligung zu vergeben. Das war hier nicht notwendig, da hat die Bank die Finanzierung und die Eigenkapitalfinanzierung der Unternehmer gereicht. Darüber hinaus haben wir aber auch dann noch für bestimmte Bereiche Bürgschaften. Unsere Programme in dem Bereich sind erst jüngst intensiv gestartet. Das ist BBB Social für Unternehmen aus dem Sozialbereich sozusagen, die eben sehr gemeinnützig unterwegs sind. Und BBB Welcome, da geht es insbesondere um die Selbstständigkeit und die Unterstützung im Unternehmerbereich für Geflüchtete. Und mit beiden Programmen sind wir so ein bisschen Deutschland einzigartig, sind wir auch so ein bisschen Pilot für die anderen Bundesländer und insofern sind wir da eigentlich ganz froh, dass wir das auch zur Verfügung stellen können. Wir haben, seitdem wir auch mit dem Gründercenter uns in diesem Bereich sehr früh positioniert hatten, vor 17 Jahren sehr viele Finanzierungen gemacht. Sicherlich heute nicht mehr unbedingt das Café an der Ecke, das war vor 10, 12 Jahren noch was anderes. Aber große Projekte mit gestandenen Unternehmern aus der Gastronomie-Szene, die die entsprechende Berufserfahrung auch mitbringen und Führungserfahrung und mit ein bisschen Eigenkapital kommen, die werden auch heute noch umgesetzt. Also er kam auf Empfehlung zu uns und wir haben uns dann das erste Mal zusammengesetzt. Da gab es noch gar keinen Standort. Da ging es jetzt nur erstmal darum, miteinander zu reden. Ist sowas vorstellbar? Finanziert sowas die Bank? Was müssen für Voraussetzungen erfüllt werden, damit das dann auch erfolgreich umgesetzt werden kann? Dadurch sind wir in der frühen Phase. Es gab zwar schon ein Businessplan und ein Konzept, was die drei Gründer uns vorstellen konnten, aber es fehlte eben noch der Standort. Und bevor man sich da entscheiden wollte, wollte man auch eine Meinung der Bank hören. Und das haben wir schon sehr frühzeitig. Über ein Jahr, bevor wir dann nachher in die Finanzierung eingetreten sind, fand da schon das erste Gespräch statt, sodass wir schon einen sehr guten Eindruck vom Gründerteam gewinnen konnten und vom Konzept. Und damals schon signalisiert haben, dass wir das sehr gerne begleiten würden in der Konstellation, wie uns das vorgestellt wurde. Und so sind die drei Gründer dann auf Standort zurückgegangen. Üblicherweise ist der Antragsweg über die Hausbank, das war hier die Berliner Volksbank, einer unserer stärksten Zudringer auch. Und auch so wurde hier dieser Kontakt hergestellt. Dann aber auch durchaus der persönliche Kontakt, der dann im Anschluss erfolgt im Rahmen der Bürgschaftsvergabe. Die konkrete Aufgabe ist, das Vorhaben zu prüfen, die Gründer auch kennenzulernen und tatsächlich auch die Persönlichkeiten zu beurteilen, aber das Vorhaben auch selbst. Und dazu gehört der Standort, dazu ist die Planung zu überdenken, die Investitionsplanung, wie weit ist das realistisch. Wie realistisch ist auch die Umsatz- und Ertragserwartung der Gründer. Da sind ja doch meistens die Erwartungen höher, als da nachher sich tatsächlich einstellt. Aber wir werden natürlich auch immer wieder gerne überrascht von Gründern, die erfolgreicher sind, als sie sich selbst das vorsichtig vorgenommen haben. Haben wir uns auch gefragt, ob Berlin tatsächlich noch ein Frühstücksrestaurant oder Frühstückscafé braucht. Die Idee ist schon so ein bisschen länger gewachsen, also eigentlich schon so seit 2004, 5, 6, als wir dann so nach Berlin gezogen sind, als wir dann unsere Ausbildung in der Hotellerie gemacht haben, haben wir festgestellt, es gibt zwar Restaurants, aber es ist immer so dieses typische Brotkorb, Etagere und Scheibenkäse aus der Metro und da haben wir uns immer gedacht, okay, das kann ich mir natürlich auch zu Hause machen. Aber es gab nie so dieses Frühstücksrestaurant, wie wir es in den Fünf-Sterne-Häusern hier in Berlin kennengelernt haben, wo wir alle gelernt haben und haben gesagt, dieses Konzept, quasi rausgelöst aus der Hotellerie, das fehlt hier noch. Und dann sind wir auch viel gereist in unseren beruflichen Werdegängen und haben festgestellt, überall auf der Welt gibt es das. Warum in Berlin nicht und warum macht das keiner in Berlin? Und dann Stück für Stück, so ab 2010, 2011 haben wir festgestellt, kamen dann doch schon einige, wir haben sie mal genannt, die Avocado-Cafés, wo man im Sauertag beruht mit Avocado poschiertem Ei. Das ging dann schon so in die Richtung, aber was uns immer noch gefehlt hat, war dieses, wo kann man mal hingehen zum Frühstück, wo kann ich meine Eltern mal mitnehmen, wo kann ich mein erstes Date mal entführen, wo kann ich meinen Geburtstag feiern, mal als Frühstück und nicht im Abend. Wir wollten quasi das Dinner in den Frühstück rein manövrieren und haben gesagt, das fehlt noch. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, Frühstück 3000 zu eröffnen. Sie kamen ja alle aus der gehobenen Gastronomie, teilweise ja mit Sternen versehen oder auch Hotellerie. Und der Idee, ich war sofort von dem Konzept begeistert, weil es gab schon viele Abendrestaurants, es gibt viele Restaurants mit Tagesgeschäft, aber sich auf Frühstück zu fokussieren, das war in der Qualitätsstufe, das war neu. Und von daher hat das ganze Konzept schon überzeugt. Jetzt war nur noch die Frage offen, wo macht man dieses Konzept, wo setzt man es um und in welcher Preisklasse, also was braucht man da an Investment, das muss ich ja auch dann rentieren, weil wenn ich mich natürlich nur auf Frühstück konzentriere, dann habe ich ja nicht das sonst so profitable Abendgeschäft mit dabei. Die Gastronomie ist vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, aber wird doch immer wieder als kritische Branche betrachtet, egal in welcher Zeit eigentlich, selbst in der Hochkonjunktur wird das immer wieder kritisch beäugt. Insofern ist da natürlich das Sicherungsbedürfnis der Hausbanken höher bei dieser Branche. Und insofern könnte ich, würde ich jetzt mal aus dem Gefühl daraus sagen, dass tatsächlich Gastronomie einer der Branchen ist, die wir relativ häufig im Bestand haben. Die Berliner Volksbank war tatsächlich relativ schnell überzeugt aufgrund der Lebensläufe. Ich glaube, das trägt natürlich schon stark dazu bei, dass man sagt, okay, hier macht jemand ein Restaurant auf, der jetzt vorher nicht unbedingt ein Fotograf war oder ein Schauspieler oder keine Ahnung aus welcher Berufsgruppe, sondern das macht hier jemand, der wirklich das Fach gelernt hat, der da auch gearbeitet hat, der weiß, wie anstrengend und wie hart und wie herausfordernd dieses Business tatsächlich ist. Und dass es nicht nur ist, ich stelle einen Kaffee auf den Tisch oder auf den Tresen und unterhalte mich den ganzen Tag mit Gästen ganz nett bei einem Glas Champagner, sondern dass es wirklich wie jeder Job einfach harte Arbeit ist und dass da mehr dazu gehört, als nur, ich sage jetzt mal ganz salott, einen Teller auf den Tisch zu stellen und dann abzuräumen. Da sind ja viel mehr Prozesse. Und ich glaube, das hat die Bank gesehen, die Berliner Volksbank und gerade auch unser Berater, unser Betreuer Herr Wegner. Und er war ja einer derjenigen, der Befürworter, der an uns geglaubt hat. Und ja, das hat natürlich auch mit dem Werdegang zu tun. Aber ja, man braucht natürlich auch jemanden, der an einen glaubt. Die Berliner Volksbank ist hier regional tätig. Es ist ein typisches Berliner Unternehmen. Ich glaube, es war sogar einer der ersten Banken, die überhaupt wieder nach 1945 zugelassen wurden. Und das spiegelt sich eben auch wieder, dass die so stark verhaftet sind hier, dass sie wahrscheinlich auch am häufigsten angesprochen werden bei Existenzgründungsvorhaben. Und das ist auch der Grund, dass eben so viele oder dass wir relativ viel zugetragen bekommen über die Berliner Volksbank, weil sie eben so gut verhaftet sind. Aber natürlich auch, weil der Kontakt tatsächlich über all die Jahre doch sehr vertrauensvoll entstanden ist. Und wie gesagt, die Berliner Volksbank, die gibt sich eben auch redlich Mühe, eben auch die Existenzgründer zu begleiten. Denn aus Existenzgründern waren auch kleine und mittelständische Unternehmen. Und dann werden sie richtig interessant. Ja, da resultiert das wahrscheinlich her. Zusammen muss man natürlich hier rechterweise sagen, es gibt auch andere Institute, die hier engagiert sind. Also auch die Berliner Sparkasse muss hier genannt werden, weil die natürlich sich auch durchaus mit einer eigenen Existenzgründungsabteilung wie die Berliner Volksbank doch da schon ganz stark engagiert. Aber die Volksbank, kann man sagen, ist ein starker Zuträger für uns. Genau, wir haben Eigenkapital mit reingebracht. Das wird vernünftigerweise auch verlangt seitens den Banken. Eigenkapital, dann unterstützt wurden wir durch die Berliner Volksbank in Kooperation mit der Bürgschaftsbank. Genau, und so hat sich das Ganze ergeben. Wir sind ganz regulär ins Gründungscenter gegangen und haben uns quasi erstmal ganz schlicht vorgestellt. Gefragt, welche Unterlagen werden benötigt. Dann haben wir alle Unterlagen zusammengesammelt und dann ging das eigentlich relativ problemlos. Solange es gelingt, natürlich auch für Unternehmen die Preise weiterzugeben, ist das für die Unternehmen zunächst in Ordnung. Aber Sie haben völlig recht, steigende Inflation heißt auch Kaufkraftverlust. Das heißt, wir sehen es ja an diesem Konsum-Klimagüterindex, dem GfK-Index. Die Kauflaune der Deutschen ist momentan nicht besonders hoch. Damit wird es natürlich auch für Unternehmen schwieriger, ihre Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Aber gerade, wenn wir mal im Gastronomiebereich bleiben, man spürt ja da kräftige Aufschläge auch in den Preisen. Es wird trotzdem vom Markt bezahlt. Ich glaube, da haben wir in Deutschland auch noch ein bisschen gegenüber anderen Ländern durchaus Aufholpotenzial für qualitativ hochwertige Lebensmittel auch in höherem Preis zu bezahlen. Insofern, das muss man mal sehen, wie sich das auch hier entwickelt. Aber ich glaube, Platz für Unternehmen ist immer da. Und es wird immer eine Nachfrage oder immer eine Marktlücke geben, wo man sich noch tummeln kann. Und dann hängt es eben an den Unternehmerpersönlichkeiten selber. Wenn die in der Lage sind, gut auf den Markt zu reagieren, wenn die in der Lage sind, auch sich voll diesem Thema zu widmen, dann glaube ich, gibt es da auch immer Platz für Existenzgründungen und auch für weitere unternehmerische, erfolgreiche Aktivitäten. Als ich damals den Businessplan das erste Mal gelesen habe, auch ohne Standort, ein wirklich rundes Konzept. Das wurde an alles gedacht. Es war alles schon fertig, ausformuliert sogar. Also man hat gemerkt, dass sich das Gründerteam schon sehr lange damit beschäftigt hat und nicht nur eine spontane Idee hatte, ich mache jetzt mal einen Gastronomiebetrieb auf oder ein Restaurant, sondern die wussten ganz genau, was sie wollten und hatten eigentlich eine Idee und haben darum das Konzept gebastelt. Hier eben dieses Frühstückskonzept. Und das war auch das, was mich als allererstes sehr überzeugt hat, dass es preislich etwas höher ist, als im normalen Frühstückscafé. Das versteht, glaube ich, auch jeder Kunde und deshalb hat man hier auch eine ganz klare Zielgruppe. Der erste Standort, der wurde von den Gründern ausfindig gemacht. Das war eigentlich der schwierigste Part an der Finanzierung, weil sowohl für die Hausbank als auch für die Bürgschaftsbank, die wir ja da frühzeitig mit ins Boot genommen haben, als dann der Standort wirklich feststand, für uns war das die größte Herausforderung bei der Finanzierung. Wir haben bei uns die Philosophie, dass wir die Gründer durch die ersten drei, vier Jahre begleiten. Dann geben wir sie ab in das Bestandsgeschäft, um uns wieder neuen Gründungen und Nachfolgen zu widmen. Aber ich bin mir sicher, wenn sich das so weiterentwickelt, wie sich der erste Standort entwickelt hat und der zweite auch so erfolgreich wird, dass wir dann auch über einen dritten Standort, über ein Franchise-Konzept, über alles miteinander reden können. Als erstes wird natürlich oder findet die Begleitung natürlich durch die Hausbank statt. Wir sind der Sicherungsgeber mit unserer Bürgschaft und insofern treten wir, sag ich mal, erstmal einen Schritt zurück. Aber natürlich allein schon durch die jährliche Überwachung und durch den persönlichen Kontakt, den man dann vielleicht noch zu den Unternehmern hat, begleitet man sie seelisch-moralisch, will ich sagen, also beobachtet die Engagements. Wir hoffen uns natürlich immer, dass Gründer sich erstmal konsolidieren in einer guten Phase und dann natürlich auch mit weiterem Wachstum gerne auch dann wieder auf uns zukommen. Aber unser Wunsch ist natürlich, dass sie dann auch irgendwann Flügge werden und uns letzten Endes nicht mehr brauchen. Denn die Idee dabei ist ja, es soll kein Vorhaben scheitern ohne Bürgschaft, aber die Unternehmer sollen damit eben auch stark gemacht werden, dass eben irgendwann die Banken dann hoffentlich so vertrauen, dass sie dann eben auch mal bereit sind, höhere Risiken einzugehen. Ich sage immer, gegessen und getrunken wird immer. Also selbst wenn man ins Jahrhundert zurückgeht, auch in größten Krisenzeiten hat Gastronomie immer funktioniert. Nicht alles und nicht immer in jeder Preislage. Aber wenn man ein gutes Konzept hat, den geeigneten Standort und die passenden Gründer, dann hat man gute Chancen auch erfolgreich am Markt tätig zu sein. Auch jetzt gibt es immer noch Gastronomiebetriebe, die Geld verdienen, trotz schwieriger Zeiten. Die Anforderungen sind eben höher und die Rahmenbedingungen eben schlechter. Also wenn ich alleine an das Fachkräftethema denke, viele Restaurants schließen im Moment nicht, weil sie wirtschaftlich einen Misserfolg allein, sondern weil sie kein Personal haben. Und diese Themen muss man lösen. Und da sind gute Partner an der Seite dann natürlich ganz doll wichtig. Wir sind immer sehr, sehr schnell da in Debatten drin. Da geht es teilweise eben auch um Neidebatten für erfolgreiche Unternehmen. Aber eben auch insgesamt diese Gewinnerzielungsabsicht, das ist ja erstmal etwas Positives. Und das müssen wir glaube ich für uns auch erstmal wieder verinnerlichen. Wenn ein Unternehmen Gewinner anstrebt, ist das für uns als Volkswirtschaft erstmal gut. Und dass das mit zu sauberen Bedingungen passiert, dazu ist wieder Politik gefordert. Aber ich glaube, wir brauchen wirklich auch ein anderes Unternehmerbild. Wenn ich mir angucke, dass viele Universitätsabgänger eher im öffentlichen Dienst arbeiten wollen, als Unternehmer zu werden, dann haben wir hier irgendwie ein gesellschaftliches Problem. Und ich glaube, das müssen wir auch uns bewusst machen, zu dem müssen wir auch stehen. Und dann haben wir vielleicht auch die Chance, da wieder mehr für dieses Unternehmertum zu gewinnen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine kommunikative Aufgabe. Es ist vor allen Dingen auch eine Aufgabe, die frühzeitig an den Schulen anfangen muss, auch an den Universitäten anfangen muss, um einfach ein anderes Bild auf diese Unternehmerschaft zu bekommen. Frühstück3000 hat ja zwei Standorte, einen in der Bülow-Straße und einen hier. Und wir waren zunächst in der Bülow-Straße unterwegs. Das war für den Standort für uns zunächst sehr anspruchsvoll, sage ich mal. War nicht der beste Standort, wie wir vermutet haben. Der hat sich aber sehr gut entwickelt. Insofern sind wir auch froh, dass wir das Engagement dort begleitet haben. Und es sind drei relativ junge Unternehmer, zwei Herren, eine Dame, die hier unterwegs sind. Und für uns ist es immer eine dankbare Aufgabe, natürlich gerade dann in die Selbstständigkeit zu helfen. Und insofern ist das ganz gut gelungen. Und wir haben mit unserer Bürgschaft dann auch das Engagement der Berliner Volksbank sehr sinnvoll begleitet. Wir haben 45 Angestellte für beide Läden, für beide Locations. Da zählen auch Lukas und ich mit rein. Und das ist schon ein ordentlicher Stab an Personal, die wir für beide Restaurants brauchen. Aber der Fachkräftemangel, der zeigt sich bei uns Gott sei Dank nicht so. Das hat aber den einfachen Grund, glaube ich, oder glauben wir, weil wir eine gehobene Gastronomie sind. Allerdings mit sehr familienfreundlichen Arbeitszeiten oder mit Arbeitszeiten, die ein Gastronomen ganz, ganz selten hat und man gerne braucht oder auch gerne mal hätte. Und deswegen haben wir auch ganz viele, die aus der Abendgastronomie, aus der gehobenen Abendgastronomie wechseln wollen, weil sie Kinder haben, Familie haben, weil sie nicht mehr in der Nacht arbeiten wollen beispielsweise. Und das macht es für uns wirklich einfach. Also ein Beispiel, ein Barmann verlässt uns jetzt, sodass ich jetzt anfange, nach Barmännern zu suchen. Was für mich immer die schlimmste Position ist, weil es ist schwierig. Man braucht jemanden, der muss mit Kaffee fit sein, der muss mit Cocktails fit sein. Nur auf diese Stelle haben sich 70 Bewerberinnen und Bewerber angeboten und das ist wirklich großes Glück. Also wir können uns wirklich teilweise die Mitarbeitenden aussuchen. Wir haben das große Blick, dass wir keine Abendgastronomie sind. Ich glaube, das ist unser großer Vorteil. Gegessen und getrunken wird immer. Diese alte Volksweisheit dürfte die Banker überzeugt haben, auch in Zeiten der Inflation und der Krise, diese tolle Investition Frühstück 3000 zu begleiten. Bis jetzt gibt es zwei Lokale in Berlin, eines in Schöneberg und eines in Kreuzberg. Vielleicht werden es einmal 3000 weltweit, wer weiß. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen bei Success in Berlin, dem Magazin der Bürgschaftsbank und ich freue mich aufs Wiedersehen in der nächsten Sendung. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020